Jo, hallo Leute, hier sind wir wieder beim Gravel Pit, bei Berühren nicht den Boden mit dem Buchstaben N und dem Marcel, hallo! Hallo, ich bin Marcel Pit. Mas- Marcel Pit? Gut, also der Marcel Pit ist heute dabei, es handelt sich um den Buchstaben N, ihr kennt das Spiel. Ich hab keinen Bock mehr das zu erklären, wie das geht, wir sind hier drauf und da oben. Wir haben im Übrigen zwei wunderbare Leute hier, die meinen, sie müssten jetzt übelst rumtrollen. Aber okay, der Marcel Pit ist bereit, ich bin auch bereit, da unten gibt's keine Lava, das ist eine von einem User erstellte Map. Und Ombro ist der Schiedsrichter, wie immer, sein Stuhl ist ein bisschen verkleinert worden, wie auch immer man das nennen will. Ich bin jetzt der Bademeister. Okay, du fängst an, Dussel, mit N, Anfangsbuchstaben, du weißt Bescheid, Ombro gibt das Startsignal und dann geht's auch schon los. Und jetzt? Jetzt? Neon. Das? Nur. Die? Nicht. Nuss. Nerven. Äh, Naben. Nabel. Nagel. Neckermann. Ey, ist das nicht ein Name? Äh, weiter, TT ist dran, du hast gesagt. Äh, nie. Äh, die hatten wir schon, ich hab das gesagt. 3 Sekunden, TT. Niel. Äh. Verloren. Ja, Marcel, du hast gewonnen gerade Ich bin untergefallen Fuck you, Alter, nein Mach mich nochmal da drauf, wir machen noch Eine Runde Ja, aber du hast verloren jetzt, das weißt du Ja, hab ich was anderes gesagt Aber ist doch scheiße So eine Minute und dann Funrunde und so Okay, ja, also Die erste Runde hat der Marcel gewonnen Ja, wie immer, ich bin halt Pro Ja, du bist halt Pro Weil ich wieder zu blöd bin Auf dem Kack zu bleiben hier Da fällt mir ein, ich hab gar keinen Sound Bei Minecraft Ja, ich sag ja, ich bin Pro Man braucht auch keinen Sound bei Minecraft Naja, gut, okay Okay, ähm, Omo Oh, Alter Omo gibt das Startsignal Und, ähm, dann, 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 äh, ja Der Loop fängt an, also TT Äh, okay, okay, okay Und jetzt Niemals Nie Nerven Narben Nebenhöhle Nagel Nase Bus Nierenversagen Äh Nabel Ähm Vorbei Ja, 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 ja So Jetzt zeig ich dir, wo der Meister der abbaut Hä Alter, bei mir sah das so aus, als Alter, du warst bei mir Jesus Du bist in der Luftflasche gestanden What the fuck, Alter Also, Kevin, du darfst nochmal So, ab jetzt Niederlande Nass Nass Äh Nur Nein Nichts Ähm Vorbei Ja Okay Ah, nein Ah, nein Du bist mal Boll nochmal den von dir ab Hä Bei dir den noch abbauen Ja, so So Kevin, ab jetzt Niemand Äh Vorbei Wie, so schnell schon? Ja Mit Jeff? Ja Oh, da hat er sich selbst gedownt Sechs Sekunden gerade eben Ja, okay, die Fun-Runde habe ich gewonnen Aber die richtige Runde hat natürlich der Marcel gewonnen Herzlichen Glückwunsch, Marcel Marcel Ah Tische Ja, so Ah, nein Ich habe ihn falsch Falsch drangebaut Fuck Also, ja, Marcel Sie haben die Runde gewonnen Herzlichen Glückwunsch Ey, jetzt behindert er mich noch Beim abbauen Ich glaube es ja nicht Er behindert mich Beim abbauen Scheiß Okay, ja, äh, das war also die Runde mit N Äh, ich habe mich selbst getötet Wieder unfassbar gut Und, ähm Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, Marcel Ja, gerne Wusste ich zwar nix von, aber gerne Ja, das ist halt Wenn man so in der Lobby hängt Da passieren Sachen, von denen man nix weiß Ja, ja Das Leben ist unberechenbar Ja, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Ja, bis zum nächsten Mal